hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es alle neuen loopboy codes bis gleich und zwar gibt es heute alle neuen loopboy codes wir haben wieder einen neuen comic code und einen neuen diamanten code und dann gibt es noch andere kurz noch bevor wir mit dem video starten würde ich dich mit meinen kanal zu abonnieren um die glocke zu aktivieren um keine weiteren loopboy code videos mehr zu verpassen außerdem würde es mich freuen wenn ihr mein creator code barfett im fortnite item shop eintragen würde da ich regelmäßig fortnite skins wer lose zum beispiel im letzten video hat brawlcrafter ein skin bekommen bald wird auf jeden fall der nächste fortnite skin einfach an euch raus gehauen dazu müsst ihr mir dann euren epigen namen in die kommentare schreiben und dann deshalb wird es mich freuen dass ihr meinen creator code forfeit im fortnite item shop eintragen würdet damit ich so etwas öfters machen kann um die loopboy kurz einzulösen ios nutzer müssen alle kurz über die webseite machen da geht es leider nicht über die app aber android nutzer können alles bequem über die über die app machen ich mache hier alles vom pc da geht es natürlich auch nur über die webseite aber egal ob es pc oder handy macht ist joint außerdem gerne meinem discord server erster link in der beschreibung denn hier steht im channel loopboy kurz immer aktuellen alle aktuellen loopboy kurz drin falls ihr dann die loopboy kurz immer nachlesen wollt könnt ihr das dann hier im channel loopboy kurz machen dann fangen wir gleich mal mit dem ersten neuen loopboy kurz an der gestern reingekommen ist und zwar der neue comic code der heißt d h e a u e t e r und dahinter eigentlich nichts mehr chair twitter wenn wir ihn einlösen erhalten wir 1000 coins das war der comic code der gestern abend reingekommen ist dann gibt es noch einen anderen code und zwar der code heißt bachs binde strich break dick wachs binde strich brexit und wenn wir ihn einlösen erhalten wir 5 diamanten und noch paar coins der heißt bachs brexit denn aktuell läuft bei loopboy ein bachs 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 das heißt wenn ihr 25 premium loopbacks holt dann erhaltet ihr garantierte wie wachs würde ich euch empfehlen wenn ihr genug diamanten hat ist bei mir leider nicht so der fall deshalb ist dieser code entstanden dann gibt es noch ein code heißt skgpvote wenn wir ihn einlösen erhalten wir 1000 coins das ist von letzter woche der comic code der ist noch gültig aber in den nächsten langen wird er nicht mehr gültig sein aber jetzt im moment ist er noch gültig falls ihr ihn noch nicht eingelöst habt so dann kommen wir noch zu dem standard code 500 ich habe jetzt 600 geschrieben ist natürlich 500 hier ich habe ihn schon eingelöst wie die meisten von euch aber es gibt immer mal wieder zuschauer die ihn noch nicht eingelöst haben deshalb auch wohl kommen 500 noch was erstaunlich ist und zwar noch ein zusatz info am rand und zwar wohl kommen gg ist nicht mehr gültig der war jetzt jahrelang gültig aber jetzt seit ungefähr einer woche ist wohl kommen die die nicht mehr gültig das waren auf jeden fall alle neuen loopboy kurz lasst auf jeden fall gerne ein like und abo da und trag sehr gerne meinen creator code vorfeld außerdem ist bald ein fortnight video geplant falls ihr es sehen wollt dann könnt ihr es dann gerne sehen und dann würde ich sagen ciao bis zum nächsten mal